Oh Gott, wir verlaufen uns... Warte mal, dich hier leer? Waren wir hier schon? Nee. Gibt's jetzt? Ich hab ne neue Schallplatte gekriegt. Aha. Aua. Chillt mal ein bisschen. Will die Sachen einsammeln. Muss erstmal wieder was essen. Ich bin hier mit halbem Herzen nur reingerannt. Bist sehr halbherzig unterwegs. Das wollte ich gerade auch sagen. Ich seh da einen Pilz auf deinem Kopf. Mangelnde Körperpflege. Okay. Willst du Kuchen haben? Ähm... Aber erst zum Schluss. Nee, ich hab den jetzt aufgestellt und angefressen. Sonst fährt der in meinem Inventar rum. Na gut. Hier sind Feuerkugeln drin. Kann man die schießen? Tschuh. Das hier muss ich auch noch machen. Ah. Ah, da unten sind wieder diese Scheißviecher. Ach, die Windviecher. Boah. kurz festbar. So. Ich versuch die mal mit meinem... Ah, ich bin seinem Wind ausgewichen. Ah. Ich hau die jetzt mal mit meinem Schwert, weil dann kriegen wir vielleicht mehr von diesen Stäben raus. Von denen. Ah, ich seh nix. Oh, das machst du. Aua. Aua, ja. Alter. Wuscher, ich seh ihn gar nimmer. Ach, da. Junge, ich hab zu wenig FPS, um sowas zu machen hier. Tot. Nächster. Boah. Du bist eingeengt. Keine Chance. Oh, Schlüssel. Okay. Gibt's noch irgendwelche Schlösser? Ja. Hier gibt's, glaub ich. Mhm. Ups. So. Gleich gucken. Goldener Apfel, zwei Windkugeln, Eisenachschen mit Haltbarkeit eins. Mein Inventar ist voll. Kann hier noch kurz hinter gehen, oder? Ey, ich würd zuerst kurz die Endertruhe aufstellen. Oh, hier ist noch ein Spawner. Oh. Was spawnt hier wieder dieses Skelettviecher? Ups. Aua. Der ist in dir drin gespawnt. Aha. Nö. Keine Chance. Ich bin... Ah! Alter, hier kommt aber was anderes raus. Hier kommt Essen raus. Das kann ich nicht aufnehmen, mein Inventarschval. So, ich stell mal die Endertruhe auf. Ja. Okay, deine Schalker Truhen sind voll, oder? Ich stell die mal auf, ich glaub aber schon, ja. Okay, die da, da passt noch ein bissl was rein. Okay, jetzt ist er voll, aber ich habe auch noch eine, meine ist noch leer. Ah. Okay. Und ich habe dann noch meine Raketentur, die ist auch fast leer. Ah, stimmt, da ist auch noch ein bisschen Platz bei mir. Okay. Geht es eigentlich noch unten irgendwo? Ah, ne, hier kann man nur so einmal rumlaufen, aber hier geht es noch lang. Hm, aber das ist ja auch nur noch dieses Ding mit dem Schlüssel. Ach so, die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel in meine Truhe, glaube ich, rein. Oh, ja, ich habe einen. Geil. Oh, noch so eine Schallplatte. Da ist aber die gleiche Schallplatte. Ah. Ach, ich habe ein Schild gekriegt und nicht das erste. Warte. Mach mal die, äh, die Endertruhe noch mal. Oder soll man hier unten mal das Zeug in den Endertruhen zusammen sortieren? Ja, können wir auch. Dann, warte, ähm, wir müssen alles rausschmeißen. In, in irgendeine Ecke. Wir brauchen eine Ecke. Am besten machen wir hier eine wieder weg. Guck mal, wir können so. Und jetzt machen wir einfach so. 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 Und dann kann man hier immer aufmachen. Alles rausnehmen. Mhm. Und dann alles hier ins Eck. Oh, aber ich muss gucken. Ich muss mir das irgendwie so anordnen, dass ich das einfach rausschmeißen kann. Ohne drüber nachdenken zu müssen. Ja, das ist bei mir. Ja, bei mir leider nicht. Ich lege mir da noch Fackeln hin. So. Okay, jetzt ist es ziemlich einfach. Geil, Alter. Unser erster Dreizack. Ja. Hoffentlich kriegen wir noch einen. Mhm. Du wirst das nicht ganz ins Eck. Ja, aber ich habe es schon abzusammeln. Ja, du musst ja nur, also. Siehst du, jetzt habe ich es aufgeschlagen. Ja, ja, aber weil du es nicht richtig ins Eck geworfen hast. Ach so. Weil das, was richtig im Eck liegt, das sammelt man dazu einfach auf. Ich glaube aber, ich habe noch mehr. Warte, ich stelle meine. Ja, ja, ich habe noch. Noch drei Stück. Ich baue mal diese Truhen hier wieder ab. Die voll sind oder die leer sind? Nee, die leeren. Ach. Und dann stelle ich hier meine drei auf, die noch voll sind. Okay. Ah, gut, okay. Nee, die brauchen wir nicht. Die linke brauchen wir nicht ausräumen. Die hier eigentlich auch nicht. Aber die hier. Ja, wobei wir können die eigentlich schon noch ausräumen. Das ist ja nicht so viel mehr Arbeit. Ja, aber das sind halt so Sachen, die nicht zu dem Loot hier dazugehören und die sich eh nicht übereinander stacken. Ja. Okay. Und das waren alle eigentlich. Ja. Na dann. Ah, die ist voll. Die ist voll. Die ist auch voll. Die ist voll. Ups. Warte. Okay. Jetzt haben wir irgendwie sehr viel Platz gespart, glaube ich. Ja. Also noch ist es nicht fertig. Ich gucke mal. Hier habe ich noch eine Leere. Er durchschützt alle. Ja. Ich muss noch alles rein sortieren. Aber. Das ist mein Bogen. Der Dreizack noch. Hier das noch. Okay. Jetzt muss ich mal sortieren. Welche sind voll. Welche sind leer. Die ist voll. 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 Habe ich alle Schalker-Truhen, die wir dabei haben? Glaube ich schon, ja. Also ich habe keine mehr. Okay. Dann haben wir jetzt zwei Leere. Wobei, wir haben noch meine Raketen-Truhe. Ja gut, ich habe meine normale auch noch. Aber da ist auch noch ein bisschen was drin. Okay. Ja gut, aber zwei haben wir jetzt noch, die ganz leer sind. Die habe ich im Moment jetzt. Dann kannst du deine Endertruhe wieder mitnehmen. Aber halt, warte mal. Nee, doch noch nicht. Weil die Schlüssel sind ja jetzt auch irgendwo hier drin. Oh. Die muss ich jetzt kurz noch finden. Da habe ich schon immer dran gedacht. Ja, ich habe es auch gerade wieder vergessen. Okay, hier sind sie nicht drin. Muss noch eine geben. Ah, die hier vielleicht. Nee. Hä? Gibt es noch eine? Ach ja, die hier. Wenn sie jetzt hier noch drin sind, dann weiß ich auch nicht. Nö. Hä, bin ich irgendwie dumm? Und noch haben wir keine mehr. Doch, ich hatte noch elf oder zwölf Stück. Boah. Ich glaube, ich sehe die nur nicht. Kann natürlich sein. Ach, ich habe sie in meiner Endertruhe drin. Alter, nicht dumm. Zehn Stück sind es noch. Ah. Okay, die vollen Truhen tue ich wieder rein. Mhm. Die zwei leeren habe ich. Okay, jetzt. Wunderbar. Den haben wir schon, ne? Ja. Nee. Aber da habe ich einen Schlüssel reinfallen. Sicher? Ja, oder? Kann da jetzt was raus überhaupt? Ja, aber nur scheiß. Mach nochmal. Kann man mehrere Schlüssel verwenden? Ich dachte, wir hätten den schon. Oder gib mal einen Schlüssel. Vielleicht kann ich den. Kann ich den. Du hast ja schon einen rein, oder? Ah, ja. Stimmt. Vielleicht bei einem anderen können wir nochmal probieren. Ups. Dann behalte ich den Schlüssel mal. Ja. Hier, probier es mal. Geil. Ja, toll. Dann müssen wir eigentlich jedes nochmal. Ja. Ja, aber echt. Deswegen leuchten die auch nochmal. Aber nur wenn du, ne? Weil, wenn ich zu dem hier hingehe. Ja, stimmt. Ja, weil wenn ich hier hingehe, leuchtet es nicht. Aber wenn du kommst, dann müsste der leuchten. Ja. Ja, dann gib mal noch einen. Oh, das war. Geil. Alter, was kommt hier alles raus? Nur Scheißdreck. Egal. Okay, und der da oben? Oder gibt es hier oben überhaupt einen? Ja. Nur den blauen. Aber das ist so ein blauer. Ja. Aber gut, drüben gibt es dann ja noch richtig viele. Ja. Oh, der hier. Oh, der hier noch. Dann gibt es ja noch generell richtig viele. Ja. Okay, da war auch nichts Gescheites drin. Aber so viele Schlüssel haben wir dann auch wieder nicht. Nee. Aber ich glaube, so ist es eigentlich auch gedacht. Dass man keine Schlüssel übrig hat am Ende. Hier gibt es auch noch. Na, hier, der hier zum Beispiel. Ja. Ja, nur Müll. Oh, nee. Nee. Wir können nachher auch mal ausmischen, wenn die Drohnen wieder voll sind. Weil wir haben echt viel Müll gekriegt. Aua. Wer schießt denn hier? Ach, der da. Ist der ja noch übrig? Ah, jetzt nimmer. Ja. Aber warte, hier waren wir ja noch gar nicht. Egal, dann gehen wir hier jetzt rein. Ah, ja. Drei Holzeckstellen. Oh, will ich Honig haben? Nee. Den Kaktus würde ich vielleicht mitnehmen. War ja eigentlich nett. Aber ein bisschen verwirrend ist es schon. Ja. Guck mal, hier geht es noch weiter. Weißt du nicht. Vielleicht ist das ein U-Bahnhof. Damit man das Ding an sein Schienennetz anschließen kann. Oh, ja. Vielleicht. Oder vielleicht ist das der Eingang. Hm. Ist ja auch egal. Hier oben gibt es noch was. Wie kommt man da hoch? Vielleicht gibt es eine Leiter. Da oben ist sogar noch so ein Ding. Ich glaube, man muss sich hochbauen. Oder komm, einfach. Warte, ich habe ein paar Blöcke. Na, ich würde hochbauen. Gleich haben wir es. Ja. Na, jetzt. Ach, da kann man noch einen Schlüssel reintun. Hm. Nichts Gescheites. Aber mein Inventar ist auch schon wieder voll. Diamant. Und Diamant-Harnische. Ich stelle mal eine Schalker-Truhe auf kurz. Ja. Dann kann ich ja mal das ganze Loot hier Zeug reintun. Aber das ist alles nix Gescheites. Also. Das meiste von der Truhe kann man einfach auch nachher wieder wegschmeißen. Alter, geil. Eine Stunde 40 drohendes Unheil. Ja, das ist ja das Neue. Du kriegst das jetzt nicht mehr, wenn du die umbringst. Sondern du kannst entscheiden, ob du es haben willst oder nicht. Das ist ja irgendwie langweilig. Ja, aber ich beschwere mich nicht, weil ich will das nicht. Aber ich habe auch keine Lust, die immer leben zu lassen oder mit Lava umzubringen oder so. Boah, ich fand das eigentlich ein cooles Gimmick, weil dann, wenn man es manchmal vergessen hat, dann, das war so ein bisschen die Challenge, dann nach Milch zu trinken. Ja. Ähm. Manchmal muss man vielleicht was anderes reintun in die Blauen. Vielleicht ein Diamant, wenn das blau ist. Nee. Kannst du mal probieren. Geht nix. Sollen wir mal googeln oder so? Ähm. Weil sonst verpassen wir das ja hier. Oh, hier geht es nochmal irgendwo rein. Bin jetzt mal gerade ganz oben oder waren wir hier schon ganz oben? Also du läufst gerade rum, weil dann google ich kurz. Äh, ja, dann gehe ich mal hier rein. Ja. Hier sollte es ja eigentlich nichts geben, außer eine Treppe, von der ich runterfalle. Ja. Ah, hier ist nochmal so ein Raum. Wo wir vorhin auch drin waren, in so einem. Ah. Hier kann man Schlüssel rein tun. Und dem habe ich gerade keinen. Ich mache Spawned hier. Zweimal Schleim. Okay. Okay. Also. Es gibt die Standard Vaults. Das sind die normalen halt, die wir also haben. Und dann gibt es noch die Ominous Vaults. Das sind die Blauen. Und dazu braucht man die Ominous Keys. Ah, steht hier auch auf F3. Ominous True. Und die Ominous Keys, die ominösen Schlüssel, die kriegt man, wenn man ominöse Spawner lootet. Also haben wir einfach noch keinen gekriegt. Ah, ja. So wie wir es von Anfang an dachten. Ja. Aua. Wirst du dann mal zu mir kommen. Ja, wo bist du? Ähm, da wo du warst. Bist du noch da ganz oben bei der Truhe? Bei dem, ja, bei dem Brunnen bin ich. Ah, weil da ist auf Höhe der Truhe so ein Metallgitter, wo man langlaufen kann. Da geht es eine Treppe hoch. Oder warte, ich kann noch zu dir kommen. Habe ich? Ja, habe zwei. Meinst du ganz oben oder was? Ja. Ach, ich sehe deinen Namen. Du bist ja noch weiter oben. Ja, hier geht es eine Türe rein. Ah, warte, ich muss kurz die Leiter hoch. Ach, da waren wir ja schon, oder? Nee. Ach, dann waren wir in einem anderen Raum da oben. Das ist ja alles, das ist richtig. Aber der hier sieht so aus wie der, in dem wir waren. Und die zwei Spawner da oben habe ich gerade erledigt. Hier kann ich nur einen Schlüssel reintun. Ja. Und ich dann auch. Ich habe nochmal die gleiche Schallplatte gekriegt. Ja. Ja, hm. Also Loot mäßig bin ich jetzt nicht so überzeugt. Aber vielleicht wird es ja noch. Ich weiß, es gab schon coole Sachen. Ja, der Dreizack ist das Einzige, ja. Ein neuer Rüstungsbesatz, ein Dreizack, eine neue Schallplatte. Ja, der Rüstungsbesatz ist mir ehrlich gesagt echt egal. Mir nicht, der ist cool. Wer weiß, ob man den sonst so einfach bekommt. Ja, aber ich will den ja nicht. Ja, aber haben wir es besser als brauchen. Ja, das stimmt. Aber ich hätte jetzt gegen den zweiten Dreizack auch nichts gehabt. Das stimmt. Aber man darf ja nicht zu viel verlangen. Ja. Das ist wieder so ein Blauer, glaube ich. Ja. Der hat diese Kerzen. Die Kerzen sind immer bei dem Blauen. Dann sind wir hier durch. Okay. Okay. Gibt es auf der anderen Seite vielleicht noch was? Nö, da ist Ende. Naja, ähm. Ich weiß jetzt halt gar nicht mehr, in wievielten Raum wir gerade sind. Ich auch nicht. Aber es gibt... Aber ich meine, so langsam sollten wir fast alles haben, oder nicht? Okay, hier gibt es nochmal was. Da waren wir noch nicht. Wo? Äh, geh mal ganz runter in die Mitte. Mhm. Oh lol, hier lagen noch zwei Prüfungsschlüssel. Ah. Oder einer. Ja, ich bin beim Brunnen. Ja, ja, ich sehe dich. Warte, äh, ja, hier. Ah ja, auch gar nicht in den Brunnen reingehen. Hier kann ich noch einen Schlüssel reintun. Mhm. Warte, aber da spawnt gerade was. Ah, ich habe mein Schwert nicht mehr. Warum habe ich mein Schwert nicht mehr... Mein Schwert ist weg. Wo habe ich mein Schwert hingetan? Aha, bestimmt einsortiert. Hier ist schon ein Windvieh. Meinen Bogen habe ich auch wegsortiert. Junge. Ich habe noch einen Bogen, aber das ist der falsche. Ich habe jetzt halt... Eigentlich will ich die Schleims nicht kaputt machen, weil ich habe keinen Looting jetzt. Ich bin runtergefallen, wie komme ich hier wieder hoch? Gar nicht, ich bin gefangen. Ja. Kann ich mich hier raus bauen? Ich kann mich hier rausjumpen, runnen. Und wieder runtergefallen in genau das gleiche Loch, wie blöd kann man eigentlich sein. Tja. Oh, hier ist nochmal so ein Ding. Okay, ich muss mal kurz in meine Schalkertruhe gucken, ob ich irgendwo meinen... Okay, meinen Bogen habe ich schon mal gefunden. Aber mein Schwert... Wo das Schwert ist, das kann ich dir nicht sagen. Wo das Schwert ist, das kann ich dir nicht sagen.